herzlich willkommen auf revitec kristallklarer full hd monitor für film und video fans neben der full hd auflösung 1920 x 1080 im 16 zu 9 format und der hdr 10 technologie die den dynamischen umfang an farbabstufungen zwischen schwarz und weiß erhöht und so eine beeindruckend naturgetreue wiedergabe ermöglicht profitieren die neuen ips monitore ew 2480 und ew 2780 von der von bencu entwickelten hadry technologie diese intelligente helligkeitssteuerung sorgt zusätzlich für eine sehr klare und realistische darstellung von details auch in dunklen bildbereichen die bencu hdr monitore sind mit ihren extra schmalen rahmen und der schwarz metallic optik ein blickfang das fast rahmenlose design ermöglicht den einsatz für multi display anwendungen bei denen zwei oder mehrere monitore nebeneinander platziert werden um so ein bild über die fläche von zwei displays darzustellen die modelle ew 2480 und ew 2780 sind mit dem branchenführenden eicare feature paket ausgestattet um einer ermüdung und einer möglichen schädigung der augen vorzubeugen für ungetrübtes sehvergnügen auch beim längeren filmeschauen hat bencu mit der flacker frei und der geringen blaulicht technologie vorgesorgt der ew 2780 ist ein echter hingucker mit seinem ultra schmalen rahmen wirkt er fast randlos und bietet so ein einzigartiges erlebnis für filmliebhaber die unschlagbare hadry technologie von bencu sorgt für atemberaubende bilder und lässt selbst bereits gesehene filme noch mal interessant wirken falls dir das video würden wir uns um einen daumen hoch oder auch einem kommentar freuen